Ich bin sicherlich, sicherlich, immer nett und umgänglich, grundsätzlich, erschreckend, ehrlich, aufdeckend, gefährlich und manchmal unbeschreiblich, herrlich, weil beschreibe ich Wesentliches über dich und über mich. Lebenslänglich habe ich mich in die Musik, leidenschaftlich, ganz umgeherzt, wurchtbar schmerzlich, ewiglich und unsterblich, verliebt, es ist Musik und unterm Strich. Also wir fangen jetzt gleich ab. Ich bin, wie man sieht, schon fertig geschmückt. Jetzt machen wir mal die erste Lichtprobe, um zu schauen, ob der Glitzer auch gut hervorkommt. Und dann geht's los mit den ersten Close-Ups. Das heißt, man sieht ihn bis dahin. Lass mich nicht verbiegen, ich verbiege lieber was. Es geht alles in die Breite, immer mehr in dieser Zeit. Mit der Breite kommt die Masse, kommt Belanglosigkeit. Ich kann nur Dinge machen, die mich selber inspirieren. Und hoffen, dass ich diene, dass es euch genauso geht wie mir. Ich mache Mädchenmusik. Ja, es ist gut. Es gibt halt immer so Momentaufnahmen, die sind super. Und dann wieder so dieser, das ist die gute Seite, die schlechte Seite, oder warte mal, nein, das ist die gute, das ist die schlechte Seite, das ist die gute Seite, also man weiß oft nicht, ich weiß oft nicht, ob die Kamera so kommt, ob das jetzt eher so besser ist, ob das so besser ist, das ist wieder blöd, wegen den Augenringen, das ist auch blöd, wegen dem, das ist echt kompliziert. Jeder glaubt, er ist ein Individualist, in jedem Gebiet als Spezialist. Ich kenn mich nicht aus, zu viel Angebot, wohin kann ich mich wenden? Ich habe einen Gramm ohne in Not, jeder Vollidiot will mir meines nicht nahezu immer zu tun, du lass mich in Ruhe dazu, du, irgendwo, irgendwann muss das doch enden, mit dem Knall in Stille werden wir uns wiederfinden. Ich mache Mädchenmusik, mit Mädchengefühlen, ein bisschen hart und ganz lieb, ich will euch blöd. Das war der Videodreh zur Mädchenmusik. Wir haben es jetzt schon urspät, ich habe keine Ahnung, wie spät, aber es wird schon zusammengeräumt. Ich bin urhappy, nur ur, ur, ach Gott. Und wir gehen jetzt alle bald an, aber was ich noch sagen wollte, danke an alle, die mitgeholfen haben, an die Crew, an die Tänzer, Tänzerinnen. Oh Gott, okay, keine Namen, weil mir fallen die ganzen Namen sowieso nicht an, aber danke, es war super, ich bin nur happy. Ich soll eigentlich müde sein, bin aber nicht müde und freue mich auf das Resultat. Ich glaube, ich werde mir noch ein Fußbad gönnen, damit sich meine Füße von diesen riesigen Plateauschonen uns erholen können. Ja, ich glaube, das machen wir. Ich bin schon Musik.